so den tippen jetzt auch den töten wird sonst noch jemand das hat der medizin durch eine schlechte idee okay die dame heißt ihr ließ das schon mal gut zu wissen die trich zack da ist es wohl ein bisschen gefordert also wenn die dame stirbt habe ich ja irgendwie ein bisschen agro gegner betreuen ok klappt schon ein bisschen besser wie will ich so schnell reagieren ich muss einfach mit kreis sparen dann pariert er automatisch keine besseren waffen jetzt schon wieder mein halbes leben auch die alten weiter ja ist okay naja stimmt mal parkour laufen versuchen wir mal die alten abzufangen so jetzt kommen wieder leute klar kann ich voll sehen wie soll ich das bitte sehen ja 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 ist gut ich darf nicht mehr kassieren wagt bloß nicht mehr anzugreifen die alte vor allem deren leben regeneriert sich meins nicht okay glück gehabt es ist nicht vorbei wir finden eine neue spur wohl kaum glaubst er wird so leichtsinnig sein wenn er weiß dass wir ihn jagen du hattest die einmalige gelegenheit sein leben zu beenden und du hast ihn nicht ergriffen um dich zu retten immer unzufrieden ach die kommt wieder ganz ruhig junge puh 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 Wortwarn ja epische Musik also ich würde sagen das war es mit der 1. Folge von Assassin's Creed Unity eigentlich nicht 1. Folge aber auch 1. Folge Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Mal bei einem verzweifelten Besuch unsere alte zu beruhigen bis zum nächsten Angesichts dieser Fakten bleibt mir leider keine andere Wahl, als über euren Ausschluss abstimmen zu lassen. Meister Bellier? Dafür. Was wollt ihr? Meister Kemmer? Dafür. Solche Ärsche. Arnaud Dorian, der Rat hat entschieden. Euer Rang und Titel werden euch genommen und ich verstoße euch hiermit aus der Bruderschaft von Paris. Das kann nicht euer Ernst sein. Hört mich an, ich weiß, was Jean-Marc am Schilde führt. Ich kann ihn aufhalten. Die Entscheidung dieses Rats ist endgültig. Wir erlauben euch zu gehen. Wollte ich sowieso machen. Als ob ich sowas wie euch nötig habe. Oh, eben mal den besten Mann rausgeworfen. Ja, ist okay. Ja. Ich gebe ihm auch eine Trophäe. Dann können wir jetzt auch Assassinen töten. Ist doch witzig. Das sieht überhaupt nicht runtergekommen aus. Finger weg vom Alkohol. Verdammt. Verdammt. Wie gesagt. Nein, nein. Nein. Wo ist sie? Brasserie Garceau. War das letzte Nacht? Okay. Voll den Kater. Zwölf Stunden zuvor. Mach, dass du hier rauskommst. Erbrech. Raus. Du hast genug Ärger gemacht für eine Nacht. Dann besorge ich mir meinen Wein eben anders. Jetzt müssen wir mit Trunkenen spielen. Klick. So. Zack. mich den anderen ein ist alles eklig Ich würde sagen, wir klettern. Den Rand. Komm ihr seht mich doch eh nicht. Irgendwie schon. WTF? Kann ich jetzt mal... So. Komm ich da rein? Kann man jemand sagen? Hier komm ich da rein. Das ist aber nicht gut. Jetzt geh doch da rein. Moment. Gut. Das ist übrigens meiner. Den habe ich auf ehrliche Weise, habe ich mir den erarbeitet. Und ich gehe jetzt einfach durch die Eingangstür raus. Easy. Tschüss. Es war letzte Nacht. Vielleicht liegt sie noch dort. Das wäre aber richtig bescheuert und dämlich. Warum habe ich die Truhe noch nicht? Ja, wir werden ab und an mal ein paar Sachen mitnehmen. Sidequests, Truhen. Und irgendwie habe ich das beim ersten Mal durchspielen verpennt. Boah. Die haben wir aber jetzt mal... Nein. Runter. Ja, sorry. Ich bin jetzt ein bisschen spät, ne? Aber komm, ich habe dich gerecht. Ah, Medizin, Folklore. Jetzt hätte ich natürlich Medizin für mich gehabt. Logisch. Die Straßen sind aber auch mal besser aus. Latouche? Was für Latouche? Das ist auch eine Truhe. Will ich haben. Please give me that chest. Ist die hier? Ist die unter mir? Mal unter. Oh, hi. Oh, ich schlechte dich mal ab, ja? Ist kein Problem, oder? Ach, dann nicht. Oh Gott. Nicht ihr schon wieder? Habt ihr nicht schon genug angerichtet? Nein, nicht. Die Uhr meines Vaters. Habt ihr sie gesehen? Hab ich nicht. Fragt doch die vier Männer, mit denen ihr euch angelegt habt. Idiot. Okay. Wir haben uns also mit Leuten angelegt. was? Pass auf. Du, das besser nicht, junge. Nicht, alter Mann. Oh, jetzt muss ich nicht gegen die Fighten, oder? Ja. Ah, fuck. Ich muss ausweichen nicht. hey hallo stürb junge das kampfsystem ist so krass anders als ich muss alles klar ich glaube das war gewollt wenn ich doppelt kreis drückt dann kann ich direkt konter und nicht mehr kreis die wix haben eine uhr geklaut ist zu fassen das klang sehr überzeugen mit dem kommt zurück ok das war nice dich fick ich jetzt zack bitte Fulton Fraser Ah. oder unten kommen hierher von black flag konnte ich noch 500 kann ich hier nicht das scheiße und zack ich bewegen und zack nächster bereich stehen im zwischenraum überhaupt ich muss ich glaube ich töten hier kommen die raus das ok und töten wir die hat auch machen wir halt bewegte typ sich da tut er kommen aber du drehst dich nicht um oder ja hier sind ein paar so vier stück und nicht ein paar mehr will der typ jetzt hier hinkommen oder gott und der typ der sieht doch aus als ob der hier an so einem schnie keiner gesehen das schlecht von kann denn durch hindurchschießen what the fuck bräuchten rauchbomben warum habe ich keine gekauft ich hasse mich toll